Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Ich bin Phil und heute geht es, wie ihr am Titel gesehen habt, um Titanfall 2, beziehungsweise es geht um die Singleplayer-Kampagne. Singleplayer-Kampagne? Ja! Glücklicherweise gibt es jetzt bei Titanfall 2 wieder eine Singleplayer-Kampagne. Das heißt wieder, Titanfall 1 hatte keine wirkliche Singleplayer-Kampagne, aber Titanfall 2 hat eine und die gucke ich mir jetzt gleich an. Wie ihr seht, ist schon alles vorbereitet. Ganz kurz, ich hatte es ja schon angekündigt in den Anmerkungen, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Installation. Ich habe es gestern preloaded und als ich das heute spielen wollte, kamen verschiedene Fehlermeldungen. Unter anderem Visual C++ Runtime-Fehler DirectX und dann korrumpierte Files. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe bis heute Morgen alles ein bisschen recherchiert und deswegen erzähle ich euch das gleich. Erstens, wenn ihr Avast als Virenscanner benutzt, solltet ihr ihn für Download und Installation ausschalten. Das war ein ganz guter Tipp, der im Netz war. Ich benutze selber kein Avast, aber das gab bei ganz vielen Leuten ein Problem. Während der Zeit bitte nicht im Internet surfen, weil ihr sonst nicht virengeschützt seid. Nächster Schritt ist, wenn diese Fehlermeldung weiterhin kommt, geht in den Install Folder unter Titanfall 2. Das bedeutet, da wo Origin eure Files hinpackt, eure Spiele hinpackt. Bei mir ist es ein extra Verzeichnis. Ihr müsst es finden. Das Verzeichnis heißt unterstrich unterstrich install und darunter gibt es einen Folder dx und einen Folder vc. Beide exe Dateien. Erst DirectX, dann vc++ Runtime einmal durchlaufen lassen. Origin neu starten. Dann auf installieren gehen. Wenn installieren, müsste dann laufen. Wenn es gelaufen ist, könnt ihr, also so war es bei mir. Ich weiß nicht wie es bei euch ist. Bei mir kam dann nicht mehr die Option zum Spielen, sondern nur noch Spiel aktualisieren. Als ich das gemacht hatte, habe ich auf Spiel aktualisieren gedrückt und es passierte gar nichts. Ich habe Origin neu gestartet. Dann hatte ich wieder die Option zum Spielen. Ich habe auf Spielen gedrückt und dann kamen, diese Dateien sind korrupt. Bitte reparieren sie. Dann habe ich Spiel aktualisieren gedrückt. Dann kam noch mal ungefähr 16 GB, die nachgeladen wurden. Also nehmt euch Zeit und dann lief es. Ich hoffe, dass es auch wie bei mir bei euch dann läuft. Wir springen jetzt in die Singleplayer Kampagne von Titanfall 2 und ihr wundert euch wahrscheinlich, hey zwei Shooter, beide von EA in einer Woche. Ja, letzte Woche kam Battlefield 1 raus. Das habe ich ein bisschen länger gespielt schon und dann habe ich auch den Multiplayer Teil in meinem Review behandelt. Links sind unten, beziehungsweise in der Anmerkungskarte zu dem Review. Das war ein richtiges Review. Das hier ist eher ein Let's Play. Wir wollen jetzt einfach mal zusammen reinspringen, uns angucken. Hey, hat es sich gelohnt, dass Respawn Entertainment jetzt eine Singleplayer Kampagne gemacht hat? Ich freue mich sehr drüber, denn jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, Titanfall, der erste Teil, hatte keine Singleplayer Kampagne. Dann kam Star Wars Battlefront, hatte auch keine Singleplayer Kampagne. Jetzt scheint es besser zu werden. Erst hatte Battlefield eine unglaublich gute Kampagne, Battlefield 1 und jetzt Titanfall 2. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf und let's go! Bist, Hunten 1 und jetzt die Bist, beginnend! Kampagne, wir sind in definierte Fluffers! OZ und Planet Typhon. Wir sind in fünf Kurze. Wir sind in die Platte, beachten Sie zu immer. Wir sind in batterien! Wir sind in den Charạten! Wir haben nachdemokratie! Wir sind in den batterien auf 5-5-9-7-1! Wir sind in den Batterien! Wir sind in den autos! Wir sind in die Anmerkung, wir sind in den Bist! Wir sind in den Dasta, wir sind in die Ducha-1! Wir werden mit den Bist! Wir sind in den Daher waren, wir sind in die Anmerkung, wir sind in die Das ist der MCF, James McAllen. Wir gehen nach unten. Ich sage, wir gehen nach unten. Ihr standen uns fort. Wir sind nicht durch. Mark VIII, Lundler. Atme, activated. Occupant, Rulisher Rifleman, Class III, Jack Cooper. Stabilize, 250 mg of SANS-Bentenol administered. Caution, temporary side effects, nausea, dizziness. In the middle of the morning. We're down here! We got more I.M.T. structures coming! Are we near to the drop zone? I can't see anything! But I can't see anything! I can't see anything! Stick that. I can't see anything in there. Sandbr回去. Sandbr częstoailing donner hierherinters mar vor der Wingen! So oft ihr an. Das war's. We have these pilots in the air! This is Captain Lastimosin. I got a feed from your location. On my way. I.M.C. Titan acquired. Cooper, you're in bad shape. Hold on. This might knock you out, but you should be okay when you wake up. Lastimosin. Hostile Titans inbound. Apex predators. Copy that, B.T. Mercenaries. Stay down, Cooper. B.T., let's go! B.T., let's go! Let's go! We have 18 hours. 18 hours until the Ark is sealed and ready for delivery. Hey, Richter! Leave the corpses alone, you sick bastard. We've got a job to do, eh? We make corpses, we don't clean them up. Let's go! 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 Bravo, Tango. 7274. Kooper, holt meine Titan. Use meine Helmet in meine Junk-Kid. Das ist die Wahrheit. Take care of ihn. 05. Das war's für heute. 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 Militia intruders, this is General Marder of the Interstellar Manufacturing Corporation. You're in violation of Sovereign Law. I'm offering you a brief amnesty. Surrender yourself to an IMC officer of all force. If you refuse, it will be eliminated. We work for whoever the IMC say we work. What are you trying to get, metal? I don't care who's giving you us. Blisk and his mercs, General Marder. Us grunts get paid to save you, mate. All that matters is that thing in the mountains goes online as scheduled. And if it's true, I'll take a stand of that. I thought I'd look like a bloody anorak to you, mate. But if it is true, then the militia are going to have a very bad day. No, no, no. No, no. 20 militia. 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 21 militia. Ich bin jetzt nicht mehr. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 I've got eyes on! 1.133 Ich habe die Bewegung. Ich habe die Bewegung. Ich habe die Aufmerksamkeit. Ich habe die Aufmerksamkeit in der Luft. Das war's für heute. Das war's. 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 You wanted to make a difference. Das war's. 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 I will assist you through your helmet radio when possible To all militia personnel, the IMC will grant safe passage back to the Angel City Penitentiary To all who surrender, you would be wise to turn yourselves in to any IMC search teams immediately Pilot, I advise against turning yourself over to the IMC Voice pattern analysis indicates they are lying Don't worry Understood, but I do recommend you move. IMC salvage teams are not far away I mean I'm not leaving you It is a common requirement for pilots to maneuver in situations without a linked Titan Another half, I'm only in the same store I need you To get you To get you To get me To get you To get you Was ist das? Es ist ein Problem! Pilot, meine Mapping-Systems haben sich gegründet. Die Abwehr der 9th Militia-Fleet hat uns weit weggekehrt von unserer Original-Destination. Wir befinden uns in Hostile-Territory. Begut, wir können nicht hier lange bleiben. We know there are Militia Survivors. Die Abwehr der 9th Militia-Fleet hat uns in der Mitte. Schau! Was ist das? Missiles! Missiles! Anyone have a Missiles? Missiles! Missiles! Get from the above! I'm above it! Pilot, your suit has an emergency cloaking ability. This can help you survive dangerous situations. Get out of here! Drop! Toes in the frag! Oh Wir werden nicht schlafen, und lassen sie kommen zu uns. Wir gehen zu ihnen. Sie werden nicht allein sein. Die ISD verletzt auf die Indifference von anderen. B.T., wer ist das Künstler? Das ist der Kommandor des Marauder Corps, eine Sektion des Militia Special Recon Squadron, oder SRS. Sie ist Sarah Briggs. Es ist es für alle und alle von Ihnen, zu retten. B.T., ist jemand auf dem Land auf dem Land? Nein. Schmerzen Sie keine Lebenssignisse in der MCS James McAllen. Aber 90% der Lebenssignisse wurden verletzt. Es ist noch eine Hoffnung. Wir sind alle zusammen. Wir sind alle freiwillige Stage. Wir sind alle freiwillige Stage. Wir sind alle freiwillige Stage. Die ISD gibt es nur tiefer. Die sind in der Machines der Zwischen Hölle von Helden. Wir sind alle zusammen. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pilot, our location has been compromised Those drones are IMC scouts Enemy reinforcements will be on their way We must complete the neural link immediately Please install the final battery Power at full capacity Pilot, we must establish a neural link in order to proceed Please embark when ready Protocol 1, link to pilot, establishing neural link Neural link established Rifleman Jack Cooper, you are now confirmed as acting pilot of BT-7274 Protocol 2, uphold the mission Our orders are to resume special operation 217 Rendezvous with Major Anderson of the SRS I'm detecting incoming enemy forces Protocol 3, protect the pilot Re-initializing critical systems Vortex Shield online The Vortex Shield catches incoming rounds and missiles Release the button to launch any captured objects back at the enemy Pilot, the Acolyte pod is online This shoulder-mounted rocket pod will lock onto multiple enemy targets The longer you hold down the button, the more locks you will achieve Neural link complete Primary weapon control and motion link re-established Pilot, enemy Titanfall detected We will have to fight our way to safety Get ready You sure about this? Yes, trust me Militia Titan spotted, chassis number BT-7274 We've tightened down, well done pilot Our combat effectiveness rating has increased Pilot, I detect more IMC salvage teams on the way Our only chance of survival is to uphold our mission of rendezvousing with Major Anderson Until then, you and I are on our own Marking your HUD We must move quickly In order to survive, we must keep moving We must move quickly We must move quickly We must move quickly Maybe wind challenges Let's move quickly Let's move quickly You should stop We must be okay We must move quickly We must move quickly We must move quickly We must pick upней WOMBAT 3-2 Das ist es! Wir haben einen Freund von BAS-Titan. Ist das BT? Können wir hier, Captain? Wir können uns helfen. Wir haben einen S-R-S-Titan. All die Fortschritte sind in. Wir sind in die Haltung. I need highten down. No bad, but you're still going to fall. You're dead, Al-Law. No bad, Al-Law. First floor ready. I need highten down. I need highten down. I need highten down. Okay. All right, let's end this quick. Is that all you got? Is that all you got? All right, let's go. 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 All right. 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 All right.